und zu einem neuen video hier immer wieder so leute sechster folge ist und ich würde sagen wir drehen jetzt erst mal irgendwas gutes bt bt er wollte mich doch verarschen bruder was soll ich mit juwelen mann ich brauche kein juwelen kann sein dass hier was aufgeht genau dachte ich mir nämlich fast habe ich gesagt fünfte folge sorry sechste folge so sechste folge ist ja scheiße würde wir sehen dass er oder wieder bis gleich heute teil vor zum anfang der folge und ja ich spiel wieder mit dem roboters kennen wie fühle ich den jahr ich bin tot ich kann jetzt nicht die maus nehmen weil mein rücken hat gejuckt nein der schützt er gibt mich selbst so eine so eine doch hat der bruder schnell ich bin tot nein hey was ist denn das egal ob ich da jetzt nicht rüber kommen jetzt falle ich hier sogar noch und hatte ich glaube sagt hallo soll da stark der leute wir sind uns in der nächsten runde ist gleich der eisheit es ist nicht klar ich finde die map cool ja aber irgendwie ist es so eine map wo ich mir so denke so nee weil es gibt ja auch das neue halloween update mittlerweile es kam ja gestern vorgestern kam das zusammen mit dem neuen stammel pass der wird bald gegönnt wird sich selbst bei gegönnt den fangen wir dann auch in dem video aus heißt wahrscheinlich wird eine folge hier von stammel ist wahrscheinlich heißen stammel pass opening oder so keine ahnung kommt auch von wann ich den wohl aber ja weil ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten runde also im viertel finale bis gleich sorry ich meinte halbfinale bis gleich leute floor flip im halbfinale bei der map sind wir bin ich ja vorhin rausgeflogen ich versuche jetzt einfach schnell nach vorn ja soviel zum thema schnell nach vorne durchsprechen statt dass ihr euch erstmal alle hier hinten einmal hinstellt dass wir hier die artiger was ein typ ich habe das gefühl dass ich nicht ins finale kommen aber ich habe auch nur die leichten anschein davon habe ich schon erwähnt dass ich dieses spiel nicht mag ich glaube nicht ja gnadenlos reingeschissen ich bin raus ja komm ja gg's leute wir sehen uns in der dritten runde bis gleich ok heißt in der dritten runde zum anfang starten wir natürlich direkt rein stark ich wollte erst mal komplett abgebremst ja ok ich muss die maus tatsächlich bewegen sonst schaffe ich hier gar nichts dass sich das geklärt hat ja wobei hier kann ich chillen ja auch nicht oh my god was 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 oh mein gott dicker weil wir sehen uns in der vierten runde bis gleich leider bevor wir uns in der dritten runde wiedersehen wenn sie sagen öffnen wir ganz kurz hier aus dem stammel pass den zufällig skin jetzt go ich hoffe irgendwas gutes wird eh schlecht sein sei ja ich glaube ich jetzt mal na ja leute wir sehen uns in der vierten runde wieder das gleich ich habe vergessen die aufnahmen weiterzuführen chillig egal ob ich habe es geschafft leute wir sehen uns im halbfinale bis gleich leider halbfinale springer round jetzt auch weiter aufgenommen ich weiß nicht warum ich vorhin vergessen habe oder eben vergessen hat er viel zu drücken die aufnahme weiterzuführen aber ja dann habt ihr so gesehen klein fehl mit doch auch schön das hat man auch nicht alle tage bei mir leute wir sehen uns im finale bis gleich laser tracer im finale ich bin also ich definitiv nicht wenn wir schon irgendwie lustig eine bock auf der pinguin liegt oder hier sind auf jeden fall zwei mit box 3 und dort gut es ist manchmal so unübersichtlich von wird dieser laser kommt egal leute wir sehen uns im auto bis gleich würde wenn euch das video gefallen hat lasst ihr gerne ein like und ein abo oder die video glock um nichts mehr zu verpassen und schaut in die video beschreibung das alles verlinkt und ja ich würde sagen bis zur nächsten folge bis dann tschüssi